Sollten mal wieder keine Videos in der Abo-Box auftauchen, überprüfe bitte deine Benachrichtigungseinstellung. Wo lang mit Flasche Scheiße? Entweder mach es dann so, wir knocken die Gegner aus und machen sie jetzt Chris aber killen. Ja, aber das dreht nicht. Sicher? Ja, aber er die Gegner. Bist du dir sicher? Ja, er muss sie ausknocken. Ja? Ja. Okay, du bist der allerbeste. Danke, Julien. Lisa Marie schreibt hier Steffen Herzchen. Oh, Steffen hat schon seine Fangirls hier am Start. Skazka! 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 Puh, pah, pah! Dein Mikro pack mich auf. Puh, pah, pah! Wieso sagt Dreschel nichts? Dreschel ist Outer! Hallo! Wir müssen direkt raus haben. Hallo! Dreschel sagt Hallo! Was geht ab, Leute? Oh mein Gott. Hashtag ja. Leute, ihr wisst hier. Dream anholen. Digga, das sieht mega geil aus auf dem Stuhl. Das sieht aus, als ob das so gehören würde. Oh, Team Weiß, Digga. Normalerweise sollte ich mir dann so extra einen Überzug für meinen Stuhl besorgen, Alter. Das wäre mal richtig fresh. Ah, hier ist aber der Loot nicht so dolle, gell? Sind hier überhaupt Gegner? Nee. Da kommt einer, glaube ich. Ah, am großen Baum oben, aber sonst nirgends. Digga, da ist eigentlich immer eine goldene drin. Ja, ist aber eine. Eine goldene? Eine goldene Truhe. Oh, Silke lässt ein Abo da! Hi Silke! Guten Tag! Was geht ab? Und Bottwal hat auch eben noch ein Abo rausgehauen, habe ich gesehen. Danke Bottwal auch für dein Abo. Deswegen ist halt, hier kannst du nie gucken, wie es aussieht. Mhm. Ja, das ist halt echt blöd. Drei Gegner, wenn hier keiner runterkommt, dann bist du ja richtig am Arsch, Digga. Und ich muss halt... Das sind in der ersten Woche gleich machen müssen, dass hier nur Leute runterkommen. Ja, ich weiß, wegen der Battle Pass Aufgabe. Aber ich finde gar nichts hier. Alter, hier Bombe, Bombe, Bombe! Das war... Ja, das ist eh The King oder so. Das wärst du, du Pisser! Ich noch nicht. Ich hab gar keinen. Wo ist denn der, wo ist der kleine Pisser? Dreschel war das. Hey Kira! Äh, Kira ist ja am Start. Hey Kira! Was geht ab, Kira? Komm mal her Leute, ich hab was für euch. Ja, ich brauch nen Gegner. Wo ist ein Gegner? Kann der mal herkommen? Wir sind keine gelandet. Gegner! Komm mal bitte her, ich hab was für uns. Okay. Dahinten ist noch ne Goide, die hol ich mir zuerst. Oh, BTS Fanpage, danke für dein Abo. Hallo! Okay, komm mal her. Wir müssen uns alle in den Kreis stellen. Hey, du hast bestimmt nen Impulskanat oder so. Nee, da ist ja Standardskill. Okay, kommt her. Standardkill! Hey! Standardkill! Standardkill! Hey! Komm doch mal her! Ich bin auf dem Weg. Das leckt! Du leckst! Nein, leckt nicht. Achso, ja, das Mikrofon. Hey, das ist dein Mikrofon sein, hässliches. Blackjack! Ich bin auf dem Weg. Immer mit dem Boden. Blackjack, wasch dich! Wasch dich! Wasch dich! Wasch dich! Du bist so eine kleine... Alter, ich hätte jetzt echtes N-Wort gesagt. Wuhuu! Blackjack ist ein Nazi, Alter. Harte Anschuldigung, Alter. Harte Anschuldigung, Alter. Du bist doch auch ganz schön frech hier. Du bist doch auch ganz schön frech hier. Wie, was sagt der dazu, Philipp? Ey, der Mann steht in dein Klo. Ja, ohne Spaß. Redest du gerade in der Blechdose drin, oder? Nee, keine Ahnung, Dinger. Das liegt nicht ab hier! Ich verstehe dich nicht. Ja, das ist ein Delek. Ja, das ist ein Delek. Ja, das ist ein Delek. Hier, was geht. Was bringt das Stern, denn? Bekommt man dann eine Battle Pass Stufe? Ja, bekommt man! Wir wissen, dass du stinkst. Das musst du doch nicht ständig wiederholen. Okay, Dinger. Okay! Jetzt hat er gesagt, der ist stolz drauf. Danke, dass du übersetzt, Dekka. Kein Problem. Achso, hat er mich... Ey, Blecky! Ich hab das gar nicht gesagt! Ja, Leute, ich habe eine andere Stimme im TS. Die hören mich jetzt anders. Keine Ahnung, warum. Du hörst dich an wie ein Stück Müllkacke. Müllkacke, was ist das denn? Die hast du erfunden, das Wort? Ja, ich bin der Aschaffer. So wie von Stinkstudio. Ja, das hast du erfunden. Ey, wir sagen noch mal Fragen, ob Max oder Philipp das weiß mit dem Stern, ne? Ja, erste Woche, oder nicht? Philipp! Hm? Diesen Stern, den man da bekommt. So ein For-Free-Stern. Wie, was, was? Was für ein Ding? Wenn du die Boppe einpasst. Wenn du die Boppe einpasst. Ja, genau. Dann bekommst du ein Background-Bild. Und da ist ein geheimer, ähm, ein Ding drin, ne? Geheimer Rattepaststuf. Ja, genau. Ja, und was bringt mir das? Ja, dann kannst du einsammeln dann. Eine Stufe, ja. Dir nix mehr. Dir nix mehr. Du bist ja eh schon halb 100. Achso. Aber vielleicht hättest du ja gegönnt. So ein Ladescreen? Kannst du dir dein Mikrofon fixen, Digga? Ne, jetzt wirklich, es ist echt anstrengend, dem zuzuhören. Das ist so oder so immer anstrengend, dem zuzuhören. Ja, aber jetzt noch, deswegen, jetzt ist er doppelt anstrengend. Geht nicht. Er ist hässlich und er ist stolz. Danke, Kira. Kira, kommt doch noch vorbei. Wir würden noch Fortnite spielen. Alter, ey. Leute, habt ihr ja Raketen? Du bist der Einzige, der es drauf hat. Ah, King, das will ich nicht behaupten. Du bist der Einzige, der es nicht drauf hat. Nein, es steht alles auf. Nein, mein Studio, Mann. Ey! Dresche! 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 Hör ich mich jetzt wieder mal? Nein! Warum aber nicht? Das hast du immer selber beim Reden zugehört. Das ist immer irgendwie so bei TeamSpeak, wenn du screams. Ja, das liegt an TeamSpeak. Weil wir alle nur noch Fortnite spielen. Ja. Hör ich mal, warum kommt... Achso. Ja, Sandra! Ja. Und wir haben leider keine eigenen Server. Genau. Weil dann könnte man sowas machen. Boah, ist schon mal Hunger Games in Fortnite. Ja, Philipp muss nur noch Server machen. Hast du gesehen hier mit Baal, Philipp? Da hättest du auch mitspielen müssen, Alter. Ach, ich glaub, ich hätt die alle abgezogen. Mhm. Ja, aber es ist PC. Oh Marcel! Ja, PC. Ja, PC. Ja, PC. Haben wir noch was mit überhaupt? Ja, ja, das sind echt richtig gute... Gute... Hand of Blood oder so? Ja, Revi, Sturm... Nee, also eigentlich alle großen YouTuber. Gute Gegner, meinte ich. Hallo, gute Gegner. Also du warst nicht dabei. Ähm, ja die Buddies. Ja, die Buddies. Ja, die Buddies, genau. Ja, die sind auch richtig gra... Also ja, ja, okay. Ich dachte, du wärst mit der Buddies voll gut. Ja, die sind schon gut, Diggi. Ja, aber ich zeig' halt alle im PC, so. Oh, da sieht man wie dumm er ist. Du warst doch ne Legende auf dem PC. Ge-snapft. Wem schießt du? Auf deine Oma. Die hat mir grad zugewunken im Rollator. Ey, lass mich doch nicht tanzen! Ome! Du kleiner Lümmelsack, du. Du kleiner Lümmelsack, du. Ja, pass auf, da vorne sind die Gegner und du machst hier einen auf Heckmeck, Alter. Ja, Posten ist gut, den kenn ich auch, ja. Und da war so ein Harmi, oder wie der hieß. Der hat einfach alle rasiert. Warum poscht ihr schon wieder, wenn ihr den Gegner noch gar nicht seht? Leute, was geht ab? Ist Standeskill auch live? Nee, sag mal Standeskill ist eine Blaumütze. Weil die tot sind. Töd. Sorry, hab ich einfach versprochen. Wo ist der Stern? Gabi! Man muss erst die Woche 1 erledigt haben, dann kann man das erst machen. Oh, ich brauch die Raketen und gleich gleich gesammelt sie ein. Ja, kannst du ja haben. Ich hab ja keine. Hier bitte, 12 Stück. Danke. Hat einer noch Raketen? Chris? Oh, Chris macht wieder nur Scheiße, Alter. Ja, weil ich hier den Loot haben will. Ja, wir haben doch eh schon alles gesammelt. Ja, vielen Dank, habt ihr halt. Du spielst mit mir. Ja, habt ihr wirklich, ihr kleinen Leleks. Ja, Chris hat das Raketen? Nee, aber ich hab ihn gerade. Braucht da eine kleine blaue? Ja, ich? Ich hab einen Raketenwerfer. Da, vor mir. Habe ich auch schon längst. Hier. Freunde! Ja, du kannst sie jetzt auch haben. Hm, ich weiß nicht, soll ich lieber die nehmen? Welche Granaten sind besser? Oder Verbände mitnehmen? Eigentlich sollte ich die... Hä? Ich leg die einfach hin. Ich hab zwei Medi-Packs. Warum streamt er nicht? Weil er doch immer Videos macht gerade. Freu dich doch! Wenigstens kannst du im Spiel tanzen. Kira! Hey, hallo! Stell dir doch mal vor, Chris würde bei Let's Dance mitmachen. Geil! Letzter Herz mit Medaille. Der egal, die denken wahrscheinlich, ich bin äh, äh, Kameramann oder so. Als der Gusi besser getanzt. Völligster Bewegungs-Legastheniker. Tanzstudio. Ja, ich kann nicht tanzen, Leute, ich kann nicht. Kann jemand von euch tanzen? Schreibt's mal an in den Chip. Guck mal, die Lochis haben da auch mitgemacht. Ja, voll komisch, Digga. Da wird Chris dann auf einmal zu Tanz verboten. Hey, vor mir laufen welche? Ja, dann töte sie. Oh, ach so. Ach ja, ich seh's krass. Viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß. Ich will mein Mikrofon immer so hin tun, dass es... Das sind richtige Lelex, die da laufen. Absolute Autisten. Absolut, die greifen mich an. Achso, Assamborn! Ach, dem hast du das gesagt. Nein! Sag mir doch, dass da einer ist. Wäre schön. Ja, sicher. Komm! Der ist grad auf mich fixiert, Leute. Nein! Ja, schönes Ding. Ja, hab alles geregelt, wenn ihr das nicht macht. Alter! Double-Kill, Leute! Auf euren Nacken! Hier wäre eine Sniper, falls jemand von euch will. Ja, die ist auch noch eine blaue Sniper. Ich liebe Sniper. Aber ich weiß nicht, ob ich Sniper wäre. Digga, ich hab den grad mit dem Sniper im Nahkampf geholt. War zwar nicht so ein schöner Kill. Aber, äh, Blacky, hast du jetzt hier alles weggenommen, den ich getötet hab im Nahkampf? Ja, geil. Ey, ich bin hier oben. Ja, ja, du bist einmal umgelaufen. Äh, kann mir einer... Ich brauch blaue, ja. Oh, scheiße. Ich brauch Verbände. Komm hier, komm hier. Ey, komm mal her. Dresche, komm mal her. Ich hab was für dich. Ja, warte mal. Ja. Okay, Mann. Leute, was soll ich denn tun? Komm mal her, ich hab noch was für dich. Aber dafür gibt's mir auch alles. Ich will eigentlich die Schrot mitnehmen. Ey, hat einer noch Dingsnuss? Hier ist ein Schildrank. Blacky, kannst du den mitnehmen? Ja, Jagdgewehr, der mich ist. Ich liebe Jagdgewehr. Ja, nimm den. Da hinten. Hinten, hier. Da. Ja, weil ich hab kein Platz mehr. Ich weiß nicht, ob ich Sniper oder Jagdgewehr mitnehmen soll. Das blaue hab ich übrigens da hochgeworfen, Dreschel. Welches? Ok. Kurz, Leute... Lele... Ich kann mit mir ein Card besammelt. Ich hab Sniper. Raketen. Nee. Ich hab, ich hab, ähm, Raketenwerfer. Also halt so n, so n Granatwerfer. Ja, ich auch. Ja, genau. Ich hab hier noch 200 Raketen übrigens. Wohl, wer war das denn? Wer braucht Raketen? Ich? Ja, lass mal ein bisschen ein. Ich auch. Ja dann Teile auf. Ja null, ich hab null. Guck ich hab null, ich hab sie grad alle hergeschenkt. Guck im Stream, ich hab null. Ja, du lügst. Ja, guck im Stream, ich hab null. Im Studio. Für den einen und hier für den anderen. Er wollte sie mir noch... Digger, ich wollte dich scammen, Alter. Scammen wollte ich dich. Komm, wir müssen los. Na, ja, noch PUBG weiß ich nicht. Du bist der allerbeste, deine Videos sind so geil. Julien! Danke dir. Julien! Wuh! Danke dir für das Kompliment. Wenigstens tippst du mich nicht weg wie Kira immer. Mach bitte... Arcade-Bass nächste Runde. Was ist Arcade-Bass? Wer weiß, wie der Hase läuft. Was geht's? Ich grüße dich. Leute, lasst gerne mal ein Abo da, der jetzt noch neu ist im Stream. Und auf jeden Fall mal ein Like da lassen. Es hat noch nicht jeder ein Like da gelassen. Das stimmt nicht, Leute. Ja, wo denn? Hast du schon mal Ding angeguckt, ob du den Ding siehst? Da ist ein Auto. Oh, danke für dein Abo. Rein cheers. Aber auf jeden Fall auch ein Like da lassen, Leute. Ganz wichtig. Oh, guck mal, was da ist. Eins geil. Mach ich erst mal Dislike. Habe ich auch gemacht. Ich hab 99 Holz. Grüß dich gern raus. Ich war ja euch auch. Braucht jemand was zu bauen? Ne, ich hab 774. Also läuft. Ja, wenn ich 99 Holz hab, Digga. Warum sagst du nix? Ich hab 7 Fallen. Ja, dann gib mal welche. Dann gib mal welche. Hi, ich bin Maximilian. Warum habt ihr immer Männernamen? Äh, Frauennamen, Leute. Ich versteh's nicht. Er heißt Sandra. Ganz einfach. Warum lauft ihr alleine vorne? Ist das wieder bei Studio? Weil ihr außerhalb der Zone seid, deswegen. Ja, ein paar Meter. Ja, hier ist auch ne Falle. Ey, hier ist ne Kiste. Und die laufen einfach alle vorbei. Ne, ich hab sie gehört, aber ich hab keine Lust. Okay. Ich geh einfach durchs Tor. Dreschel spricht drüber. Oh, Gina, Lina. Danke für dein Abo und was meine Mutter? Fragezeichen. Was meine Mutter? Danke für dein Abo. Das ist auch noch ne Truhe. Und gerne mal nen Like da lassen. 163 Likes, das ist mega nice, Leute. Vielen, vielen Dank. Ey da, die goldene Truhe, Dreschel. Ja, ich weiß. Geh doch nicht hin, Dreschel. Wenn du da jetzt weggesnipfest. Schau mal, links. Vor allem, ich würde echt hier eigentlich bleiben. Guck mal. Ja, ich will nur gucken, was da oben ist. Wir laufen halt jetzt voll eigentlich weg von unserer guten Position. Rein in das offene. Dreschel hol sie und wir laufen wieder zurück. Ja, komm wirklich, guck mal. Wenn wir hier unten bleiben, wir sind mitten an der Zone. Es ist alles easy peasy. Wir können easy laufen. Alles ist friedlich. Hinter uns kommen sie, hinter uns kommen sie. NW, NW, NW. Sniped schon. Ja! Nacken! Klatscher auf dein Face, Digger. Nein, 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 der rettet ihn. Ja, pushen, 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 pushen. Pushen, Leute. Ja, 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 ja. Ah, Dreschel ist da unten, sehr gut. Achtung, Chris. Der kommt, ey, der Steffen, der ist wieder unter dir. Habt du einen? Ja, okay, mein Kill hab ich. Digga, hätte ich ihn jetzt geholt. Am Baum, am Baum, am Baum. Am Baum. Noch ist nur einer. Digga, ich hab den einfach weggessen, Altmann. Einer ist ausgenockt. Puschen. Sollte ich eigentlich geholt haben, oder? Ja, eliminiert. Ist down, ist down, ist down. Nur noch zwei Stück am Leben, Leute. Zwei Leben, oh, Leute! Leckt mich am Arsch, Digga. Ja, ich brauch auch ein Heal Package, Digga. Wenn's hier mal ein Package geben würde, nehm ich das. Weil ich hab so einen scheiß Lute, was das angeht. Guck mal, ich hab... Ja, ich auch. Ich hab nicht einmal irgendwas... Leute, erste Runde, was geht ab? Und die... Leute, guckt mal, wie groß die Zone ist, Freunde. Alle VIPs, die jetzt da sind, macht mal den epischen Sieg-Emote rein, Leute. Bitte mal alle diesen ersten Platz-Emote rein. Bitte, bitte, Leute. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung hier. Weiß Studio is da, Leute. Wir holen den letzten... Ich seh sie, die sind bei NO. Ja, warte. Okay, Dresche, warte noch. Warte, warte. Warum schießt ihr? Die laufen grad hoch. Weil ich grad... Ja, ich seh sie. Weil ich grad seh. Irgendwie, deswegen. Boah. Ja, ja, okay, okay. Leute, ich will... Ich will einen wegsnipen. Okay, ja, ja, ja. Leute, das sind die zwei letzten, holy shit. Boah, er hat sich den getroffen, Junge! Was ist da los? Wuh! Ey, ChickenTV, danke für dein Abo. Die sind da im Haus. Die sind hinten am Haus. Entweder pushen wir. Push, komm, push. 2 plus 4. Ja, oder ihr schießt und ich und den King gehen vor. Wo sind die denn? Nein, 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 nein. Wenn... Ja, richtig. Ja, die sind hinten an der Hütte. Die sind an der Hütte. Die bauen... Langsam. Die bauen an der Hütte hinten. Guck mal. Die bauen an der Hütte. Dass wir wegen links und rechts an der... Dass wir die umlaufen. Da ist er, da ist er, da ist er. Ja, geht auf die kleine Hütte. Auf die kleine Hütte. Seht ihr den hinten? Ja, ganz ruhig. Schieß sogar. Ich seh keinen Karten. Ich seh keinen Karten. Ganz ruhig ist äh... Bisschen schlecht. Ja, okay. Dann chill ich jetzt. Chill. Ja, haben sie sich eingebaut? Ja, ja, ich seh's grad. Bam, Leute. Bam! Lasst ein Like da, Leute. Wir haben fast 200 Likes. Und wir haben fast 500 Abos. Ja, ist so. Nein! Was? Ich hab sein Head eigentlich, Dicker. Da war sein kleines Köpflein. Da ist er. Da ist sein kleines Köpflein, Leute. Nein! Das... Dicker! Das... Nee! Nee! Das krieg ich nicht in meinen Kopf rein. Na, was? Wo bist du? Ja, hinter mir. Warte, Blacky. Lol! Hand of Blood hat seine Freundin in der zweiten Runde gekillt. Oh! Ich glaub, da wird die Beziehungskrise auf jeden Fall. Ich lese gleich vor. Okay. Ja, Dick King, ist schön, dass du komplett vorne bist alleine. Jetzt reicht es mir auch. Ich geh jetzt auf. Ja, das ist halt. Weißt du, Dick King, schau mal. Der King pusht komplett. Guck mal, der ist ganz alleine vorne. Das fuckt so ab. Boah! Danke. Ich versteh's nicht, Dicker. Dicker, ich hab gesagt, dass ich nach vorne geh. Okay. Ja, aber alleine. Ja, wir haben alle gesagt, nein. Ja, guck mal. Wenn wir das verlieren, Dicker, dann flippe ich richtig aus. Der hat irgendwelche, äh, Dinger. Ja, ja. Der hat's. Die haben diese Superkräfte. Aber ich versteh nicht, warum du komplett alleine wolltest du jetzt alle holen. Ich hab doch gesagt, ich flanke. Da, die laufen rechts. Ja, die laufen rechts, ja. Wo ist denn dein Granaten her vorbei? Ich hab keine mehr. Ja, die haben Sniper. Entweder hier ist. Ja, Hit gegeben. Drauf, 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 drauf. Ich hab Hit gegeben. Rechts, anderen Baum, rechts, anderen Baum. Und ich hab keine. Ja, hab einen. Hab einen. Ich hab ihn ausgenommen. Einer ist niedergestreckt. Ja, den hab ich ausgenommen. Was? Mann! Bau dich ein, Hirscher. Bitte, Blacky. Okay, jetzt hol ich ihn. Schnell, schnell, schnell. Oh, der Drescher holt ihn vielleicht. Komm, epischer Sieg, Leute. Der hat Hit? Ja, der muss fast down sein. Ich hab ihm auch Hit gegeben. Locker, 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 locker. Hauptsache, er wird nicht, sein Kumpel wird nicht geholt. Das ist ganz wichtig, Leute. Ja! 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 Was ist los, Leute? Die... Die... Dream 100! Leute! Bäh, bäh, bäh! Die... Die! oder, quit! Die! Bäh, bäh, väh. Die! profitability ist zum subscriptions.